Ich bin nicht fertig, der Kopf dieser Familie zu sein. Hagener. Das Hagener bei Urgestein Einfach nur Jay wird seit Sonntag 15 Uhr Zeit vermisst. Nein! Um den VBTI so weiter geht es offen. Gerüchte zufolge habe bereits am maskierter Rapper seinen Platz im 16. Finale gegen Kürzen eingenommen. Was? Es könnte sich hierbei um Genetik handeln. Nicht Genetik! Laut dem Klassensprecher von Zipzit Records handelt es sich dabei definitiv nicht um einen ihrer Künstler, da laut Turnierexperte und Freizeitbonze Dima Richman nur jene Rappermasken tragen, die Zitat entweder zu hässlich oder aber zu faul für anständige Lippensynchronisation sind. Was? Ich hatte letztens Geburtstag und bin 100 geworden. Während du aussiehst, als wärst du vor einer Stunde geboren. Ey, da brauchst du nur eine Stunde bis New York. Denn das Erste, was die Ärzte sahen, war, du hast von Dumbo die Ohren immer im Ernst. Ich hab mich durch das Stuff geklickt und stellte mir die Frage, betonst du so eigentlich absichtlich? Es ist nicht so, dass dein Rap meinen Geschmack nicht trifft, denn es ist so, dass dein Rap einfach nur Kacke ist. Und ja, ich weiß, ich hab wirklich Geheimratzecken, für die mich dubbelst von Blues Willis, Beneided Denk. Und sitz seit sechs Jahren am Album, gute Raps und so wie Wein und meine Tracks brauchen entfalten. So, boah, mit dem Affe ich so pedos, auf den Kids will ich geficken sollen. Mein Gegner krisen, hat erst neulich Haare im Schnippelkopf. Seine Stimme hat von dem Wandel nix Snippelkopf. Wieso kiss ich dich? Homie, komm, fick den auf. Du bist viel zu hell. Krisen, du bist wack, krisen, du bist wack. Kleiner Bubi, kein Respekt, tun die Schelle ins Gesicht. Mach nicht auf Bälle, wenn sie nicht aufbricht, denn du bist jetzt gefickt, und... Du bist viel zu hell. Krisen, du bist wack, krisen, du bist wack. Kleiner Bubi, kein Respekt, tun die Schelle ins Gesicht. Mach nicht auf Bälle, wenn sie nicht aufbricht, denn du bist jetzt gefickt, ey. Aber es ist einfach fake. Deine Family hat insgesamt noch weniger Szene als an Leibniz-Kicks. Der Meister Jay zeigt, wie's geht und legt den dicken Stein in den Reisen. Geht nach New York, aber du bleibst hier stehen. Ich muss am Ende Lifen sehen, so wie am Tag dort der Kommissar. Ein Pass von mir und du siehst Margot wie Honecker. Denn ich bin Hardcore wie Conny Dax und Taro, der Bodyguard. Doch schlage dich locker grad. Oldsburgica, Polonorega. Kids wie du fahren in Borbica und machen mit, weil Rap seit zwei Jahren in die Orbi war. Ah, und träume von dem Sieg. Frage an Krizz, du Digga, kommst du klar? Sonderbar wie viel du rappst, ohne etwas auszusagen. Deine Mom machte Fehler, einer war dich auszutragen. Ich bin der Baustaushaken, mein eigenes Kopf stinkt nicht, denn ich hab in Applaus gewalt. Du bist viel zu hell. Krizz, du bist wack, krizz, du bist wack. Kleiner Boobie, kein Respekt, tun die Schelle ins Gesicht. Mach nicht auf Welle, wenn sie nicht aufbricht, denn du bist jetzt gepickt, Hone. Du bist viel zu hell. Krizz, du bist wack, krizz, du bist wack. Kleiner Boobie, kein Respekt, tun die Schelle ins Gesicht. Mach nicht auf Welle, wenn sie nicht aufbricht, denn du bist jetzt gepickt, Hone. Ich hab's vor, zu dir nach Berlin zu fahren, doch fährt man da immer noch Pferdewagen. Denn es gibt nicht immer getehrte Straßen, mein ehrlich, Chris, Mann, ich kenn dich doch woher. Ich schuue dich mit deinem Boy, ständig nur vor Penny rum in Berlin. Es wird passieren, dass ich die VWT Elite, solche Wacken Toys wie dich auch einfach aus Versehen besiege. Wir wären nur auf Augenhöhe, wären meine Augen. Ihr habt Superhead schon ausradiert und jetzt passiert's genauso hier. Ich leg dich schmutze VWT hoch und nach meinem Toten bauen wir auch ein Mausoleum. Ey, ne Mutter hast Bewährung, du hast Yellow gefickt. Ich hab deine Bitch gebummt, sie in die Kenners gepisst. Dies ist gegen dich, sind die meine Haare, sie gehen mir langsam aus. Am Ende bist du so ein Unikat wie jeder andere auf. Ich bin gechillt, doch zu bellen, jetzt fahr ich den Panzer. Deine Mama hat nen Anker auf dem Arm wie ein Punker. Schwieße wie Videoclips, gerne böse Mann. Doch hast ne Jeanshose mit Engelröhren ab. Schwieße wie Videoclips, gerne böse Mann. Doch hast ne Jeanshose mit Engelröhren ab. Doch hast ne Jeanshose mit Engelröhren ab. Untertitelung des ZDF, 2020